Der Transport komplexer medizinischer Systeme erfordert äußerste Behutsamkeit. Dafür hat die Simon-Hägele-Gruppe spezielle Transportsicherungen und Fahrzeuge entwickelt. Neben der Nutzung von Kranfahrzeugen zur Einbringung, nutzt das Unternehmen unter anderem hydraulische Wechselbrücken, um die medizinischen Großanlagen anzuliefern. Diese lassen sich vollautomatisch ebenerdig absetzen. Mit dieser modernen Technik werden die verschiedenen Sicherheitsvoraussetzungen vieler europäischer Länder erfüllt. Neben dem Einsatz von Spezialfahrzeugen, wie zum Beispiel Mover oder einer 9-Tonnen-Hebebühne, stehen eine Vielzahl weiterer innovativer Techniken zur Einbringung zur Verfügung.